Wir belassen es mal bei der Gesamtnote und die war 9,7. Damit liegt sie im Augenblick natürlich an der Spitze, da erst zwei Gymnastinnen ihre Übungen gezeigt haben. Und nun Christiane Klump vom TV Wattenscheid. Gestern, wie gesagt, Hälfte im Mehrkampf. Einen kleinen Patzer hatte sie mit den Keulen. Ansonsten zweimal Siegerin der Europameisterschaftsqualifikation, 15 Jahre. Nun ihre Übung mit dem Reifen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ansonsten abwerfen mit dem Fuß, was wir gerade gesehen haben, ist auch ein Risiko-Element. Gibt dann also auch Bonuspunkte. Schön sicher durchgeturnt. Christiane hat ja schon ihren eigenen Bewegungsstil entwickelt. Bin dannang Salusi bibeln.